Vor einigen Tagen schickte mir Davide Pizarro 04 eine Mail, die ich einfach nur als ein Meisterwerk dadaistischer Sprachkunst bezeichnen kann. Die Wucht, mit der der Sprachkünstler die Zerstörung aller gültigen Sprachwerte und bürgerlichen Sprachnormen vollführt, in dem er Inhalt suggeriert und doch nur eine kulturelle Lehre erschafft, die in einer regelrechten Beschimpfung seiner von Konsum geleiteten Leserschaft endet, hat mich gleichermaßen verstört wie auch fasziniert. Aus diesem Grunde habe ich mich entschlossen, auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sofern Sie noch nichts von Davide Pizarro 04 gehört haben mögen, an seinem Sprachkunstwerk teilhaben zu lassen. Finanzielle Unterstützung Lord und Lady, müssen Sie, um Geld zu leihen, um mit finanziellen Schwierigkeiten zu bewältigen, um endlich aus der Sackgasse die Ursache Banken mit der Ablehnung seiner Bewerbung für Kreditdateien? Schlagen Sie der Verein Finanzierte Bewerbung Finanzhilfe, kann ein Darlehen zu einem Betrag benötigt, um die Bedingungen, die das Leben einfacher hat, zu machen, zu machen. Dies sind die Bereiche, in denen Sie helfen können. Finanzierung von Investitionen, Darlehen, Schuldenkonsolidierung, Kreditlinie, zweite Hypotheken, Schuldenkonsolidierung, Darlehen, persönliche Darlehen aufgebracht werden, das Verbot der Banken, Nichten haben den Vorteil, schlechte Kreditgeschichte oder brauchen Geld, um Rechnungen zu bezahlen, um im Fondsgeschäft investieren. Angebot beträgt 10.000 bis 10 Millionen X mit einer Garantie für eine gute Studie. Also, wenn Sie leihen müssen, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen über meinen Zustand. Keine Frage, Davide Pizarro 04s Schlusswort ist einfach nichts hinzuzufügen.